Musik Neben oidn Bahnhof steht ein Magsai hin rum Er is a braver Kirn und kann die Hütze a gut verdrung Doch gestern unverzweifelt ist leider was passiert Er sieht das Gflaster schmelzen, weil dein Anblick nicht verwirrt Direkt vor seinem Magen läuft die Sünde auf zu haxen Nervös fulgt er mit dem Gas an und dann ist er gut verblüht Sie hat ein Blüttracher und da war's wohl wie aufs Land Sie hat sich reinkoßt und da hat's der Stil versammt Sie hat sich so mit dem, der startet schüttelig Da ist so ein Dekoté Hurt nach und Orenge Helds nicht mehr Und das Falschir Und das Falschir Der Arles fahrt im Tankhahn für die Arai schon 20 Jahre, er bringt nix aus der Ruhe, denn er transportiert Gefahr, doch bei der nächsten Tankstelle ist leider was passiert, er greift zur Zigaretten, weil ein Anblick wird verwirrt, sie wuckt sie in die Kühe, ruft auch ganz unten oben ein Eis und wieder sie wieder auflacht, ist schon spannend, weiß oder so? Sie hat einen Blick gehabt, da wär's bald überschnappt, sie hat die Regen gezogen, da hat der Stimmverstand, sie hat sie so bewegt, dass da die Schürze nicht entweist, so am Dekortee, hat man grad ordentlich mehr, als die dir knivellt, und ihr müsst bei der Schürze, dann war da nichts passiert. Bei heut, die Katastrophen, war die Fronie meist dabei, seit der Tankstelle ist egal, was geht bei dieser Weih, wenn sie im Himmel wackelt, wie's heut schnell mal was abfackelt, Fronie, es ist schon ganz süß dabei. Sie hat einen Blick gehabt, da wär's bald überschnappt, sie hat sie Rekordzon, da hat der Stimmverstand, sie hat sie so bewegt, dass da die Schürze liegt, und bei so am Dekortee hat man grad ordentlich mehr, es liegt ihr glüht und in der Schürze, dann war da nichts passiert. Es liegt ihr glüht und in der Schürze, dann war da nichts passiert.